Hallo und willkommen bei Reventa. Heute stellen wir Ihnen ein Projekt vor, das wir gemeinsam mit der Firma Menken & Dres aus Coesfeld umgesetzt haben. Hier kommt der modular aufgebaute Reventa Luft-Luft-Wärmetauscher Exchange für Heizleistungen von 20 bis 120 Kilowattstunden zum Einsatz. Wir haben einen Ferkelaufstall gebaut mit 1200 Plätzen. Da sind acht Abteile drin. Da haben wir den Luft-Luft-Wärmetauscher von Reventa eingebaut. Beim Bau des Ferkelaufstalls hatten wir das Ziel, langfristig Heizkosten zu sparen und Gesamtenergiekosten zu sparen, da wir sehr hohe Ablufttemperaturen haben im Stall. Und auch hohen Wärmebedarf haben. Und mit dem Luft-Luft-Wärmetauscher haben wir jetzt die letzten Jahre erreicht, dass wir im Zentralgang immer eine Zulufttemperatur haben, die immer über 12 Grad lag. Also der Wärmetauscher erzielt da schon seinen Effekt. Die Abteile werden über Rieselkanäle mit Frischluft aus dem Zentralgang versorgt. Dazu wird die warme Luft über einen zentralen Abluft-Sammelkanal zu den Luft-Luft-Wärmetauschern transportiert. Hierbei kommen drehzahlgeregelte Abluftventilatoren zum Einsatz. Die warme Abluft strömt durch den Wärmetauscher und erwärmt dabei die kühle Zuluft, die durch ein Bündel kleiner Innenrohre geführt wird. Je Tauscher sind Volumenströme von über 10.000 Kubikmetern pro Stunde realisierbar. Die zentrale Steuereinheit regelt autark die Zu- und Abluftklappen sowie die Zuluftventilatoren. Hierzu benötigt sie lediglich ein Steuersignal von 0 bis 10 Volt vom Klimakomputer. Selbst die Reinigung und Entfrostung der Anlage erfolgt automatisch. Wir sehen, dass die jährliche Reinigung relativ einfach durchzuführen ist. Es ist aber relativ einfach möglich. Kann man ganz gut zusammen mit der Reinigung von der zentralen Abluft durchführen. Bleibt mir nur noch der Hinweis, dass die Luft-Luft-Wärmetauscher auch bei bestehenden Anlagen ganz einfach nachgerüstet werden können. Das war's für heute von Reventa. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Abonnieren Vielen Dank.